Nein, ich brauch... Oh, shit! Den krieg ich ja gar nicht! Hintetut fliegen! Okay, okay. So, hey, hey, hey! Gary, mein Pferd, wir fliegen! Ich wusste es! Scheiße, du kleines Misti! Los, komm, komm, komm! Schaff' mal, schaff' mal! Und? Yes! Warte mal! Ich bin hinter dir! Ah! Jo, und somit wir herzlich willkommen zurück über eine weitere Folge Dark and Light! Als allererstes, Leute, ähm, ich glaub, irgendwas fällt hier auf, oder? Ja, also mein Pferd ist eben gerade verreckt, da waren leider zu viele Kobolde und unser Langhorn. Ihr seht selbst, der ist nicht hier. Seht selbst! Der ist auf dem Weg hierher geschwommen! Ja, seht selbst, was passiert ist. Okay, also, ähm, ja. Leider konnten wir es nicht verhindern. Man muss das hier wirklich erstmal geregelt kriegen, ob er passiv und so weiter ist. Also, C, ne, nicht C gedrückt halten. Äh, wie war das nochmal, Gary? Auf welcher Teil? B gedrückt halten, genau! Und dann kann ich hier auf Passiv und so weiter stellen. Das muss ich mir merken, weil Ark ist halt komplett anders. Und ihr habt schon gesehen, ja, unser schäbiges Haus ist kein schäbiges Haus mehr. Irgendwie ist es erneuert worden. Aber es heißt immer noch schäbige Wand. Ja, hier drin hat sich auch etwas verändert. Also, hier sind immer noch drei kleine Truhen. Ja, unseren Namen sehen wir immer noch nicht. Keine Ahnung, warte mal. Weitere, ne. Kann ich also immer noch nicht. Wir haben ein Bett. Ja, wir haben eine Schmiede. Da ist immer noch eine kleine Truhe und ein Schlafsack. Okay, Gary, ich bin gerade zurückgepackt. Alles klar? Ich auch. Okay, da wir in der letzten Folge unseren Langhorn verloren haben, benutzen wir jetzt unseren Bogen und holen uns Einhörner. Denn ich habe genau geradeaus... Gary, du folgst mir. Ja? Ja. Lass dein Pferd da. Ich sag's dir. Wenn dein Pferd ja lieb ist, dann lass es da. Wir müssen da hoch. Und ihr glaubt es nicht. Also, ich bin mit meinem Pferd hingegangen, hab gedacht, komm, ich level mich jetzt kurz hoch. Töte einen Kobold. Kam zweiter, kam dritter, kam fünf, kam sechs, kam sieben, kam acht. Zehn Stück oder so waren da. Und dagegen hatte ich keine Chance. Mein Pferd muss sich leider sterben lassen. Aber ist egal. Ja, ging halt nicht anders. Ich konnte nicht helfen. Ich glaub, wär ich da hingelaufen, wär ich tot. Ähm. Ja. Kobolde. Lauf hoch. Lauf hoch. Ich hab sie gerade gesehen. Ich hab sie gerade gesehen. Ähm. Hier irgendwo sind Einhörner... Einhörner? Gary, hast du es ja gesehen? Hast du... Hast du für dich auch einen Trug dabei? Nein! Ja. Nimm dir, nimm dir, nimm dir! Was? Jetzt schon da? Ja, einer, 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 einer. Ja! Zwei Stück sind... Warte, nicht zu den Locken. Warte, wir müssen die als erstes erstmal vernichten. Vor uns sind... Da ist noch einer. Dahinten kommen die Nächsten, komm mal mit. Wir müssen sie als erstes zusammenführen. Äh, folgst du mir? Pass auf, hinter dir ist noch einer. Einen hab ich schon getötet. Hinter dir, hinter dir. Hä, ist der Speer so stark? Äh, musst du gedrückt halten, dann kannst du die auf die werfen, ne? Ja, äh, aber hast du gerade... Hinter dir ist noch einer, hinter dir ist noch einer. Okay, und vor mir ist einer. Oh shit! Der hat mir einen runtergehauen. Gary, da kommen noch welche. Drei Einhörner sind hier. Ja. Okay, warte, ich... Äh, bei mir sind drei Kobolde. Äh, vier, fünf, sechs... Gary, komm mal... Lass uns kurz mal sammeln. Komm mal her. Komm mal her. Ich zeig dir jetzt, wie viele jetzt mein Pferd gekillt haben. Pass mal auf. Oh mein Gott, da kommen die alle. Nicht angreifen, nicht angreifen. Pass auf. Die haben Angst vor Einhörnern. Hier, guck dir das an. Nee, okay, haben sie doch nicht. Lass uns zusammenbleiben, oder? Ich hau ab. Oh shit. Oh Gott, hier sind noch mehr. Wir müssen es jetzt taktisch ange... Warte, die gehen zurück. Kommt her, einer nach dem anderen. Habe ich Magie ausgewählt? Nein, habe ich nicht. Ich habe diese komische Magie ausgewählt. Äh, schnell Inventar rein. Äh, zack und zack. So. Jetzt werde ich erstmal ein Feuer starten. Und... Da kommt noch einer. Ach du Scheiße. Ja, Leute. Äh... Gary, ich habe eine... Ich habe eine Truhe gefunden von Schatzkobold. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Keine Sorge. Oh shit. Alter, eine ganze Familie. Das ist die Goblin-Plage. Aber jetzt richtig. So eine richtige Invasion. Äh, komm Ege. Falsche Richtung. So. Angriff. So, komm, 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 komm. Die müssen doch sterben. Ich habe einen gekillt. Level 8. Die töten ihren Freund. Warum macht ihr das? Alter, die sind gefährlich. So, noch einer ist tot. Das Gute ist, die haben nur Level 8. So, mal sehen. Verdammt. Ich habe wieder kein Mana. Äh, ich auch nicht. Ich hau wieder mit. Wo ist mein Schwert eigentlich? Ah, oh shit. Jo, ich habe ihn umgebracht. Oh shit. Äh, ich bin... One-Hit bin ich, äh, Dings da. Äh, da bin ich down. So, wo ist mein Schwert? Da hat mein Schwert... Mein Schwert erstmal schön ausrüsten. Oh hier, der hat ein Pferdesattel gehabt. Wie, der in der Truhe? Da, ja. Pass auf, sie kommt zu dir. Zwei Stück. Und die anderen kommen auch noch, oder? So, ich will... Ich will euren Freundchen nur abbauen. Ich will die nur abbauen. Keine Sorge. Verdammt, mein Speer ist kaputt. Mein Ding ist kaputt gegangen. Ja, lauf mal, lauf mal, lauf mal, lauf. Hier sind noch ein paar. Hier sind noch ein paar. Ach man, ey. Die Kobolde sind echt... Ein richtiger Plan... Hinter mir ist einer! Ich brauche Schwefel! Bäh! Oh! Ich darf sie nicht! Nein, ich kann kein Rechtsklick drücken! Äh, Gary, kann das sein, dass es hier gleich regnet? Oh, stimmt. Es wird grad voll dunkel, ne? Sieht so aus, oder? So, ich werfe jetzt mit meinen Wurfmessern wieder, weil damit bin ich eigentlich ziemlich gut. Boah, bitte sei hier keiner. Hast du grad einen Stein abgebaut? Ja. Hier ist ein Level... Nein! Ich brauche noch Holz, ich brauche noch Holz! Es hat gerade geleckt! Ah! Verpiss dich! Geh weg! So, zack! Zack! Stirb! Und gib mir dann wieder meine Messer zurück! Gary, ich hab endlich Level 20! Yes! Oh! Ja, ich bin Level 21. Ich muss kurz rein. Ja, ich guck gerade, ich guck gerade. Ich lauf hier ein Goblin hinterher. Yes! Ich hab die Pferdesatte aufgehoben. Haha! Volltreffer! So! Den Pferdesatte, Digga, kriegst du nicht mehr wieder. Ja. Also wir haben vorhin... Au! Ich kriege Reiten wieder höher. Wir haben bemerkt, mit dem, äh, mit dem Dolch kann man sehr gut Heid sammeln. Ziemlich gut! Ich weiß zwar nicht, ob es hier irgendwas Besseres gibt, aber es ist ziemlich gut. Also, müsst ihr auch dann machen. Ich hoffe, das ist auch die richtige Option. Oder mit einer Spieke. Ich weiß nicht, wir haben halt Harvest hochgestellt. Es hat halt immer zu lang gedauert. Deswegen... Ist noch etwas in der Truhe gewesen? Ja, da laden noch mehr drinne. Ich hab... Oh! Ist etwas bei mir? Okay, den Rest lasse ich drin. Hä, die haben aber echt Scheißsachen drin. Der Goblin ist auch tot. Aber hier war noch einer. Ach, da ist er da. Ich krieg jetzt Probleme. Ähm... Yes! Treffer! Nein! Wie hast du Mana vollgekriegt? Ah, gar nicht! Wie, gar nicht? Stirbst du? Das ist von selber hochgegangen. Ja, aber voll langsam. Ja! Stirb doch! Ja! Gib mir jetzt mal eine Dörche wieder. Dankeschön. So, und schön heiter bauen. Bestimmt, ja die Dörche hab ich auch. Gary, sie hauen langsam ab. Das heißt jetzt, wir können Einhörner sammeln. Ah! Ich wusste es! Scheiße, du kleines Misty! Komm her, du hast Level 20 nur. Krieg locker tot. Keine Sorge. Keine Sorge. Das ist keine Gefahr. Level 4er. Ein Hit. Zwei Hit. Wir hingelieben. Komm her, komm. Ah! Ich wollte es ja in Ducken angreifen. Naja, kann man auch mal machen. Herr mit meinen Dörchen. Du haust mir nicht ab. Hier geblieben. Hä? Komm her. Ich treff ihn aber... Ja, irgendwie bugt das gerade. Habt ihr auch das Problem, Leute, wenn ihr einmal Destroy White Dinos gemacht habt? Ja, Destroy White Dinos ist halt so. Ähm... Dass der Server eine längere Zeit buggen tut. Dass ihr halt euch zurück teleportiert. Kann das sein? So. Gary. Komm mal mit. Die Einhörner sind dran. Ich suche mir jetzt einen aus. Ich bin zuerst da. Mach das. Ähm... Da ist einer. Da ist einer. Ich guck mal ganz kurz, wie viel Level der hat. Level 20. Gefällt mir schon mal sehr gut. Taming haben wir auch hochgestellt. Weil... Ihr habt ja gesehen... Letztes Mal... Äh... Wie viele Stunden haben wir ingame gewartet? Äh... Ein bisschen. Oh cool, der hatte auch einen Rucksack. So. Ich hab jetzt einen Level 40er. Den werde ich mir jetzt schnappen, Gary. Gott. So. Also. Wir haben bemerkt. Ähm... Er kriegt Turpur, wenn es abreißt. Aber es gibt auch Turpur, wenn... Ähm... Wenn sie nur laufen. Dann... Dann... Ne? Geht Turpur hoch. Okay, Gary. Das kann sein aber, dass ich dich auch rufe. Und dass ich deine Hilfe brauche. Okay. Nein! Ich brauche... Oh shit! Den kriege ich ja gar nicht. Hinte tut fliegen! Okay. Okay. So. Hey, hey, hey! Gary, mein Pferd will fliegen! Kann das sein, dass das nicht ein Einhorn ist? Dass das so ein Pegasus ist? Oh mein Gott! Das Pferd zieht mich ja hinterher! Der... Wie? Der zieht dich hinterher? Das zieht mich hinterher? Echt? Was auf eine Hyäne ist vorhin? Oder was ist es? Hier oben ist eine Hyäne. Da ist aber mein Einhorn. Mein Einhorn ist auch dahin gerannt. Ehe, scheiße! Einhorn! Nicht drunter! Ist das meiner? Ist das meiner? Hier geblieben! Hier geblieben! Oh, das sind Langhörner! Ja, das ist meiner! Gary, wollen wir uns als erstes nur auf ein konzentrieren? Ähm... Ja... Dann musst du über den Berg laufen. Weil da bin ich jetzt gerade. Ich komm runter. Ja, siehst du mich hier laufen? Ja. Ich lauf weiter nach rechts. Weil da unten ist eine Hyäne und die will ich jetzt nicht gerne in den Arm laufen. Okay. Alles safe. Alles safe. Da ist noch ein Einhorn. Da steht er so alleine. Ja, hier bei... Ich bin jetzt bei ihm. Sind da drüben Spinnen? Ja. Nebel taucht auf. Gary, I can see you. Ja, ich komm hier nicht weiter. Ach so, ich seh dich. Ich seh dich, ja. Und ich kutsche immer weiter Richtung Hyäne. Nicht zur Hyäne. Bloß nicht. Bloß nicht. Es kann sein, dass der Einhorn hier feststeckt. Warte, ich locke es vielleicht hoch, ja? So. Es kommt in deine Richtung. Ja. Gary, es sitzt fest. Hinsetzen. Scheiße, die Hyäne kommt. Gary, die Hyäne kommt. Die Hyäne hat mich. Nein, 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 nein. Hat noch nicht. Die kommt nicht hoch, die kommt nicht hoch. Los, komm. Pack es dir. So. Pack, 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 pack. Doch, die kommt hoch, die Hyäne kommt hoch. Lockst aber nicht zu uns. Los, pack dir das Herz. Pack, pack. So. Yes. Es muss sich aber bewegen. Es muss sich bewegen oder es muss abreißen. Irgendwas muss passieren. Oh, das ist so schlimm, dass man hier nicht hochkommt, ne? Kann man Rechtsklick drücken oder warum geht der Fall nicht fest? Linksklick. Linksklick, aber auf den Boden so ein bisschen gucken. Oder einfach nur versuchen. So. Ich bin über ihn. Ich bin gleich über ihn. Ich hab's gleich geschafft. Die Hyäne ist hinter dir. Hinter mir? Nee, hier bin ich. Guck mal, hier bin ich. Hä? Ach, da oben ist so. Ist das Einhorn schon unconscious? Nee. Nee, es will laufen, es will laufen. Wir hätten es vorher festsetzen müssen. Lass die Hyäne, lass die Hyäne. Sicher? Oder? Warte mal. Ähm. Einhorn, warum? Auf zur Hyäne. Die hat wenigstens Angst. So, pack sie dir, pack sie dir. Hier. Oh Gott, ist das schwer. Man muss sie echt treffen. So. Da unten ist doch eine Hyäne nicht weiter runter. Wie? Wo denn? Wo denn? Da unten im Gebüsch. Die ist schwarz. Gary, ich kümmere mich um die. Ja, ich kümmere mich um die hier. Geil. Ja, komm hierher. Komm, komm hier hoch. Trist du uns nicht, wa? Oh, Gary, glaubst du die ist stark? Warte, ich lock sie ein bisschen so, so. Komm hierher. Komm hierher, Tigger. Komm hierher. Mua. Komm, ich. I love you. Komm hierher. Oh, oh. Okay, das ist nicht stark, das ist nicht stark. Oh, kann das sein nur wegen meiner Rüstung? Alter, wie viel der vollgeknallt wurde. Hey, hier geblieben. Fährst du? Erst, erst. Erst, erst. Okay. Oh, Baby. Ähm. Und wir dürfen ihn nicht vorher treffen, Gary. Wir müssen ihn, wenn diese Konstitution, wenn die erst runter ist, dann müssen wir ihn einmal treffen. So, weißt du? Erst, wenn es sehr weit runter ist. Was braucht man jetzt nochmal für einen Futtertrug? Oh, ich könnte meinen hinbauen. Und meine Früste kommt schon raus. Ah. Ja, lass mich doch. Ich kann meinen auch schon bauen. Geil. So, aber ich brauche auf jeden Fall noch Fleisch. Fleisch. Ähm. Ja, die Kobolde wären jetzt eigentlich ziemlich geil, oder? Eigentlich schon. So, einmal das da. Ähm, guck mal hier. Ich tue es sogar bei deinen Gesicht hin. Guck mal. Guck mal, wie nett ich bin. Wie viel kriegt er denn bei dir? Kriegt er genug schon hoch? Ja, Taming ist ja richtig gut eingestellt. Ja. Weil wir haben das extra, ähm, höher gestellt, dass für ein Let's Play keinen Sinn macht, dass wir Stunden warten, ne? Das macht halt keinen Sinn und deswegen haben wir es, ne, ein bisschen niedriger hingestellt. Ähm. Da ist ein Schwein. Wo? Hier, bei mir. Warte, ich komme mal zu dir. Hinter dir, hinter dir, hinter dir bin ich. Hinter mir? Ja. Hier siehst du, ich bin gesprungen. Ja, da, da, da. Ich seh dich, ich seh dich. Hier ist ein Schweinchen. Ein starkes Schweinchen oder ein kleines Schweinchen? Ansonsten gehe ich jetzt voll mit meiner Magie drauf. 44. Ne, 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 lass mal lieber. Hier ist ein Langehorn, Level 12. Den könnten wir versuchen hier. Ne, der hat Level 4. Level 4? Ja, wir lassen es dir noch nehmen, kriegen wir genug Fleisch. Ich denke mal mit der Axt dann abbauen, wa? Ja. So, wie sieht es bei dir aus, Kollege? Ja, nice. Wie sieht es bei dem aus, von dir? Alter, wir haben dann echt eine Hyäne. Können wir auf die reiten? Ach, der es ist? Ja. Ja. Okay, auf ihn. Ach, was hab ich denn für ne Scheiße an? Nein, Gary. Hinter dir ist noch einer. Scheiße. Nicht zu den Hyänen. Nicht zu den Hyänen. So, ich greif mit an. Ich greif mit an. Der Vierer muss als Erster sterben. Ja. Einer ist schon tot. Mit was hau ich denn drauf? Jetzt mit Fäusten? No way. So, ich greif Nahkampf an, Gary. Wir haben ihn gleich. Hälfte hat er schon down. Los, komm, 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 komm. Schaff mal, schaff mal. Und. Yes. Warte mal. Nichts mit Licht abbauen. Ich hänge fest, ich hänge fest. Okay, ich bin wieder befreit. Nein, unser Fleisch ist das. Lass es. Ja, ich hab sie getötet. Jo, ich hab oben rechts auch ne Karte bekommen. Bauen sie mal ab. Was kriegen wir von dir? Mein Messer ist kaputt. Ich hab Fleisch. War hier ein Kobold? War hier ein Kobold? Hier ist noch einer, hier ist noch einer. Warte, 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 warte. Ich hab genug Fleisch. Falls du noch was benötigst, hab ich noch etwas für dich. Ich will ja Reiten auch noch hochkriegen. Ach ja, stimmt ja. Das find ich gut gemacht, Leute. Dass man hier nicht sofort alles herstellt. Gary. Hä? Ich hab was Wichtiges vergessen zu bauen. Leute, ich hab mir vorhin extra schon so ein Auferstehungsaltar gebaut, damit wir uns da spawnen können. Aber war ja klar, dass ich es wieder vergesse. Naja. So. 52 Fleisch kann rein. So, Kollege, ess. Ess ruhig. Oh, es geht sehr schnell hoch, Gary. Sieht man bei dir, was deiner für einer ist? Nee, ne? Ähm. Nee. Er sieht aus wie ein richtiger Gangstar. Ich weiß es nicht. Es ist halt kein Zeichen da. Geil, 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 geil. Ist bei dir... Sag mal, wie sieht deiner aus? Meiner sieht aus wie ein richtiger Hirn. Auch deiner sieht wirklich voll süß aus. Ja. Aha. Aber meiner sieht so richtig dangerous aus. Also der passt zu Telorius. Oh, wie geil. Lass mal kurz mal umschauen, oder? Wie weit ist denn der hoch? Ja. Ja, lass uns kurz mal umschauen hier. Vielleicht finden wir ja noch irgendetwas. Alter, wir haben zwei Hyänen. Können wir einen Sattel herstellen? Nee. Da, Spinne. Wo? Warte mal. Ähm. Level 28. Ich will mal kurz... Ich will auch sie mal angreifen. Ich hatte... Hä? Dieses Dings geht broken? Ernsthaft? Was denn? Dieses Feuer, äh, Dings da. Geht broken. Ich heile mich mal eben. So, Gary. Ich geh mit ein Schwert drauf. So. Aus die Spinne. Los. Rache, Kleine. Nicht weg. Nein, 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 nein. Komm hierher. Oh, wir müssen echt aufpassen, ne? Ja, ja. Keine Sorge. Es ist Level 28. Da geradeaus ist nämlich noch eine Spinne. So, Angriff. Die ist ein bisschen größer. Ach, easy, easy. Hier kommt Energie. Angriff, Angriff. Yes, komm. No chance. Haha. So, und abbauen. Ich baue mal mit der Spitzhacker ab. Mit der habe ich jetzt noch nicht abgemacht. Da oben kommt ne größere. Da oben kommt ne größere. Wie ne größere? Ach, dieselbe. Dieselbe? Oh, die hat Level 40. Ja, ich greife mit an. Huah! Hinten. Schön auf dem Hintern drauf. Wir müssen aufpassen, unsere Rüstung. Ach, ihr werdet hinterleid. Jo. Ähm. Ich habe bemerkt, baue mit der Axt ab. Mit der Axt? Ja, mit der Axt gibt's mehr Fleisch. Warte. Und mit dem Messer gibt's mehr Heid. Jawohl. Hab ich jetzt so bemerkt. So, auf zu unseren Hyänen. Juhu! Ich glaube, die sind fast soweit. Und Leute, wir haben ja unser kleines Lager da aufgeschlagen. Aber, in nächster Zeit werden... Da hinten sind noch mehr Spinnen. In nächster Zeit, weil wir haben jetzt die Hyänen. Wir brauchen halt etwas zum Schleppen. Und dann werden wir uns mal umschauen, wo wir uns hinbauen können. Weil wir brauchen halt ein schönes Plätzchen. Und das bei uns ist auch schön, aber ihr seht ja selbst, es ist zu klein. Wo sind denn die? Ah, hier sind sie. Ich bin hinter dir. Zurücklaufen, zurücklaufen. Oder was ist das? Deiner ist gleich fertig. Deiner ist fertig. Deiner ist fertig. Schnell, Gary! Er ist fertig. Ich konnte ihm einen Arm geben. Alter, wie groß der ist. Seine Zunge hängt raus. Du musst ihn benennen. Ähm... Wie heißt der? Von König der Löwen, dieser... Von den drei Hyänen, dieser Behinderte. Boah, ich weiß nicht. Dieser Bekloppte. Dieser komplett Gestörte. Es passt eigentlich. Würde ich jetzt sagen. Ist zwar jetzt keine Beleidigung gegen dich jetzt. Aber... Ja, nice! Der hat die Zunge raus, so. Und deswegen habe ich sofort an den gedacht. So, jetzt müssen wir nur noch auf den hier warten. Was war das? Was ist das denn? Holy shit! Das ist... Oh, ich wollte gerade sagen, ist das eine andere Spinne? Oh Gott! Pass auf, deine Hyäne darf nicht sterben! Woher kommt die denn her? Ja! Gut gemacht. Super Hyäne! Oh, der hat schon ein Viertel abbekommen. Ja, ich sehe es gut. Bargesh! Barigesh! Oh, ich glaube, ich lasse meinen Namen so vom Bargesh. Meiner soll Bargesh heißen. Das ist irgendwie ein cooler Name. Armes Wölfchen. Du hast ihn abgeschossen mit einem Pfeil. Hab ich nicht! So, er hat ja einen Stecken in der Bus. Ich habe mit dem Speer gehauen. Gary, er muss noch einmal essen. Ein einziges Mal. Juhu! Komm! Ich weiß, du wolltest aufstehen. Komm, Bargesh! Bargesh, der schwarze Bargesh! Juhu! Juhu! Du hast gezähnt, Bargesh! Ach, Bargesh, mein Süßer! Kann man dieses ganze Hut hier unten ausstellen? Ich habe das letztens irgendwie geschafft, glaube ich. Weil ich will dich richtig ang... Alter, nice! Die sehen beide geil aus! Meiner ist zwar sehr schwarz, aber... Ist egal. Wie hast du den gefiffen? Äh, halt mal N gedrückt. E gedrückt, meinste. N. Wieso N? N gedrückt halten und dann kannst du ihn angucken und dann auf... Ja. Nee, das geht doch viel einfacher. Du hältst einfach T gedrückt... Äh, nee, B gedrückt und dann steht... Ah, nee, das ist ja Dings. So, was hast du nochmal gedrückt? E gedrückt halten? N. Ich habe N gedrückt gehalten und dann kam... Befehl zu... Okay, warte. Folge mir mal! Nein, du hast jetzt alle gerufen! Ja, achso, wir pfeifen dann alle! Du musst auf einen Folgen machen! Ja, sag mir das doch! Dann halte ich doch E gedrückt und dann mache ich hier Folgen! Folge mir mal kleiner! Und funktioniert das? Hoffentlich kriegen wir die auch halt nach Hause! Ja! Das funktioniert! So, Leute! Auf jeden Fall war es das erste Mal wieder von der weiteren Folge Darker Light! In der nächsten Folge, ich weiß nicht wann wir einen Sattel herstellen können! Das müssen wir genau überprüfen! Wenn Reiten nochmal hoch ist! Dann! Dann können wir sie her... Jo! Jo, super! Also, wir haben es schon fast geschafft! Unsere Hyänen! Oh! Nice! Und ist das eine geile Sicht! Na, Leute! Auf jeden Fall war es erst mal wieder von der weiteren Folge Darker Light! Ich hoffe, sie hat euch natürlich gefallen! Und die Hyänen mit den Einhörnern ist zwar natürlich ein bisschen nach hinten losgegangen, weil die zu schnell sind, aber naja! Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst du auf jeden Fall einen Kommi und einen Like da! Also, bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017